Musik Hey Leute und hiermit auch wieder herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Viele Leute fragen sich jetzt, wo ist Rom? Ja, die Frage wird in diesem Video beantwortet, aber wie gesagt, wie jedes Mal, bevor dieses Video beginnt, gibt es natürlich den Kommentar der Woche, der wird jetzt eingeblendet, wie auch die Fotos mit den Fans. Danke für alle, die sich Zeit nehmen, um die Kommentare zu schreiben und danke an alle, die sich auch Zeit nehmen, um mich in einem Spiel zu besuchen. Und erste Sache, danke für über 1K, wir sind so unfassbar dankbar für jeden Einzelnen von euch. Wir können nicht genug Danke rausgeben. Wir wissen immer noch nicht, was wir zu den 1K machen sollen. Dann gibt es ein paar Ideen, vielleicht wird Merch rauskommen, wir überlegen uns das Beste für euch. Und ja, das war es eigentlich auch mit den ganzen Informationen. Wie gesagt, danke an alle nochmal und jetzt sind sie ausgeblendet. Und ja, wir sehen uns jetzt in einem Spiel wieder. Bis dann. Hey Leute, gerade eben habt ihr das Intro gesehen und ihr wundert euch wahrscheinlich immer noch, wo Rom ist. Ja, leider ist für mich keine Überraschung mehr, denn heute zeige ich euch meine pure Routine in Quarantäne. In Quarantäne, aber alleine. Ihr wundert euch immer noch, wo Rom ist, denn ich habe es euch ja noch nicht gesagt. Also, Rom ist auf einer Fahrt in Amerika. Letztes Mal, als ich auf einer Fahrt war, auf einer Schulfahrt, habe ich sie überrascht mit einem Haus. Und ihr wisst ja, the news starts it. Und das war ja mal was. Und jetzt habe ich wieder eine Überraschung für sie, aber diese Überraschung werdet ihr wahrscheinlich jetzt wohl noch nicht sehen. Erst wenn Ruhr online ist. Denn die Überraschung ist, ich habe ein Haus für sie gebaut. Das heißt, wenn sie aus Amerika wieder zurückkommt, wird sie das Haus sehen. Und zwar in Bloxburg. Ich habe dieses Haus für sie gebaut, in Ehre von ihrer tollen Fahrt in Amerika. Und da ich hier bleiben musste, hatte ich genug Zeit dafür. Und alles ist wie Butter geschmiert gelaufen. Alles ist perfekt gelaufen. Es ist nichts schief gegangen, zum Glück. Weil letztes Mal ist da schon was schief gegangen. Ähm, ja. Und sie hat eine schöne Zeit in Disney World. Sie wird mir auch wahrscheinlich Fotos schicken. Und zwar blende ich sie euch jetzt ein. Schöne Grüße, Rom. Mega geiles Bild auf jeden Fall. Ähm, und ja. Jetzt geht es los mit dem Video. Das Video ist ohne Ton. Nur mit Musik gelegt worden. Und ist ein Roblox-Foreplay. Ich hoffe, euch gefällt dieses Video. Bleibt abonniert. Und lasst einen Daumen nach oben da, falls euch sowas gefällt. Let's go mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. 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 Das war es eigentlich auch mit dem Video. Schreibt bitte in die Kommentare, wenn ihr mehr von solchen Content wollt. Ja, und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.